ARD Text im Auftrag von Funk Geh hoch, geh hoch einfach nur Na egal Hoch? Wut? Du hättest also wechseln können von dem einen aufs andere Oh mein Gott wie unnötig Das hättet ihr locker ne Sekunde oder zwei erspart Jetzt musst du das mitnehmen und dann gehst du raus und dann guckst du wo das setzt Ich hab ne Idee Was soll das blocken? Was bringt das? Ich weiß nicht Warte mal es muss doch irgendwas blockieren Irgendwelche Sachen Warte mal Ich hab ne Idee Ähm Genau Das ist schon ganz schön gut Glaub ich Lass mich kurz was austesten Geht das dagegen? Ja Ich weiß nicht ob es klappt Ähm Ich probier mal was Du musst dich jetzt aber schon mal da hinten hin bewegen Zum Ausgang Wahrscheinlich klappt es gar nicht Aber probieren wir es mal Ich hab nämlich die Idee dass das jetzt hier so da sich hin bewegt und dann da so blockiert wird und dann da so automatisch mit dem Laser und dann so reingeht Vielleicht geht's nicht Vielleicht geht's Vielleicht geht's Nein Fail Nein Voll verschoben Also weiter links So Lol es ist zu weit vorne du musst rot ein bisschen weiter nach hinten setzen Ja Nicht so weit Ja so So ist gut So ist gut Ähm Passt das so? Perfekt Ja? Okay dann setzt einfach nochmal neu rein Den Würfel bitte Aber warte mal Nein es kann doch gar nicht klappen Weißt du was ich Weißt du was ich gerade vergessen habe zu bedenken? Dass das ja nach links muss Wir müssen die Blockade Wir müssen das genau anders rum Nee oder? Aber das muss doch hier rein Oder Dann muss die Blockade so sein Ja aber dann müsste das ja von Genau dann müsste das ja von Hier dagegen Nee Oder? Nein das kann nicht sein Doch das klappt doch Nee wie denn? Nee es muss tiefer gesetzt werden Nee es geht nicht Das kann nicht gehen Scheiße Ich glaub schon das ist schon richtig weil wir gedacht haben Ach stimmt der kann ja im 90 Grad Winkel reflektieren oder? Vielleicht Ja eben Hoffen wir mal Dass er es kann Ich weiß es nicht Aber sollte er können Ich? Ja Probier's mal Ich geh mal zum Ausgang Der Würfel Da hinten an der Ecke liegt der glaub ich Nein du musst da so rein Werfen Oben Du musst hochlaufen Ja jetzt hast du dir selber Zeit genommen Oder ne so passt Zeitlich Spannung 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 Nein Nein Aber fast Weißt du Weißt du Weißt du Du verstehst doch was ich meine ne? Genau so nur ein bisschen Nur ein Millimeter mehr zur Seite Aua Du hättest das ein ganz klein bisschen mehr nach rechts machen müssen Jetzt lauf Lauf Das wird nicht klappen Weißt du? Das wird nicht klappen Du musst es ein bisschen mehr nach hinten machen Siehst du? Äh Gib dem Würfel ein Zentimeter mehr Nach hinten Ne Ja Ne nicht so weit Ne irgendwie nicht Äh warte Darf ich mal probieren bitte? Kriegt man den Würfel? Ja wieso? Ich nehm den einfach mal Wo ist denn da die Diese eine Seite ist doch anders als die anderen Das ist die die reflektiert Achso es ist egal wie man es macht Warte lass mich mal Moment ich muss gucken Wenn er es um 90 Grad gedreht Dann soll es da raus kommen Dann muss aber auch der Der äh Also der Gravity Strahl So ein bisschen Mach schnell Nein 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 mach schnell Probieren wir es Ich weiß nicht ob es klappt Nein falsche Richtung Das muss weiter nach links Das muss weiter nach links Dieser Gravitationsstrahl Wie nach links Nach links verschwommen würden Damit das rechts spiegelt Und nicht links Ja ich hab nur den Ich hab ihn nur falschrum reingelegt Passt schon Lol Oh jetzt kann mich der Laser wohl doch töten Auf einmal Ja ich hab ihn nicht berechnet Dass der Ja in die andere Richtung quasi So jetzt aber Jetzt muss es klappen Komm Dumm 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 Jawoll Ja Alter Das war halt Du bist weiter zum nächsten Testkunstwerk Das war ich nicht was das mache ich war Es werden interagiert als wolltet ihr es lösen Als wäre das in der Zukunft noch von Interesse Ja ja ist gut Alter war das geil Hm Alter das hätte ich nie geglaubt Hammer nice Wir sind krass gut Wir sind krass gut Warte ich mal Ich hab gleich mehr Licht mal Ja mei sind wir ein gutes Team Ja mei ist das geil Ja da bin ich wieder der Heinz Der Heinz aus Bayern Aus Bayern Da wo ich das blauer Kraut wegse Hehehehe Oh Leberkirch Du weißt schon Du weißt schon dass Sauerkraut keine Pflanze ist Weiß Doch ist es Kraut Nein Es ist weiß kohl Okay was haben wir hier eine Menge Wasser Äh was du hast dich schon bewegt Mann ich hör mir jetzt zu bevor ich mich bewege Äh kannst du mal in die Säure springen Bitte Soll ich Mach mal Bitte Das ist wichtig Im Ernst Spring Tot Ha Noob Hehehe Das könnte man nicht wissen Ja Ich bin am Ausgang Arsch Ja ich brauch nur noch nen Würfel Warte mal Hier Warte kurz Was Also was ich sehe Ein Raum mit nem Würfel Und Die Möglichkeit da entweder ein Portal durchzuschießen Oder mit dem Würfel durchzureichen Hehehe Loll Loll Warum ist hier wohl ein Loch Keine Ahnung Warum ist da ein Loch Sag du's mir Ich glaub ich weiß warum Kannst du eigentlich diese Musik Nein Äh wie soll ich da hochkommen Kein Plan Kein Plan Was ist denn da so noch Hier so Kein Würfel Okay Äh das ergibt für mich gerade keinen Sinn Das ist jetzt echt krass Das ist jetzt echt krass Jetzt wird's echt schwer Puh Puh Yay Du musst gucken dass du da erstmal drauf kommst Du musst da drauf kommen damit ich hier was setzen kann damit das da so durchfliegen kann und dann irgendwo anders rauskommt Ach Ja ach ne Oh ich glaub ich bin Ich hab's Ich hab ne Idee Erzähl Ich guck dir zu Hm Also pass auf Da muss ein Portal gesetzt werden Also muss da quasi da so durchfliegen Na dann mach mal Fax wie macht man das Oh ja ich bin nur der Heinz aus Bayern ich hab da keine Ahnung von Bei uns wächst das Sauerkraut Das in Blumentöpfen He 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 Das ist voll schon so ein Spasti Ja Das gibt's nicht Ja vor allem ich kann das gar nicht setzen Ich hab ne Idee Äh Ich kann das nicht setzen von hier Ich geh mal da hin Das klappt nicht Ach ich spring jetzt hin und her bis du ne Lösung hast Jeeeeey 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 Hier muss mal quasi hier raus kommen Ok reicht Wow was man hier für Sachen hat Warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Ich bin nicht so rum, wie ich aussehe Hahaha Spaß Das schaffe ich aber nicht, das überlebe ich nicht Setz du mir mal ein Portal hier weg Ich will nach Hause wieder, sag ich mal Ne, zu dir will ich, zu dir will ich, zu dir will ich, zu dir will ich Hab die Portale gesetzt, du könntest durchfliegen Rein theoretisch Aber wie flieg ich durch? Das ist ne andere Frage Ich hab ne Idee, es hat was damit zu tun, glaub ich Glaub ich nicht Da, hier so Du musst da hochkommen Und dazu musst du, wo ich bin sein Nämlich hier hochlaufen und dann sich da irgendwie durchfallen lassen Und dann da hinten so, irgendwie so, ne? Rein theoretisch geil wär's natürlich, wenn du das da oben einsetzen könntest Und das andere da hinten, so dass du hier so durchfliegst Voll mit Schwung Aber ich weiß nicht, ob das geht Das kann eigentlich nicht gehen Aber wir sind ja diese blöden blauen Wände da So weit kann ich doch nie fliegen Wie soll ich denn da Wie soll ich denn von Von dem Ding da hinten, was jetzt da Dahinter steht Bis dahin Da noch da raus Warte, was wäre Wenn du Da dahin, ich will gucken Ach, aber das kann auch nicht sein Ich hab heute überlegt, was wäre, wenn du nicht Quasi wie ich es jetzt hab Die beiden blauen auf beiden Seiten Dass du durchs eine rein und durchs andere rausfliegst hast Sondern einfach nur, dass du irgendwie da so rumfliegst, ne? Du fliegst in eins rein, fliegst irgendwo anders durch Und dann da wieder raus oder so Das ist echt zu kompliziert für mich im Moment Das ist mir echt zu kompliziert Ich sehe da auch keine Möglichkeit Irgendwie darüber so Durchzufliegen durch das Ding hier Außer durch die Methode Ja eben Ich meine, du hast ja nirgendwo genug Schwung eigentlich Komm, lass mich doch einfach den Knopf da oben drücken Nee, ich meine, ich kann machen, dass ich weiter oben rausspringe Aber so viel macht das auch nicht aus Aber ich hab den Würfel Ja, das reicht nicht Das reicht ganz sicher nicht Kann ich den da so durchgeben Dann fällt er aber ins Wasser Nee, so war das nichts Äh, warte mal, hier unten sind noch noch Sachen Lo